Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 1 oder Dawn of Souls. Wir haben im letzten Part den Vampir besiegt und mussten dann aus der Höhle fliehen. Wie genau hieß, weiß ich auch nicht mehr. Das war ganz schön knapp, weil uns Potion und Aether ausgegangen ist, dass wir uns nicht mehr heilen konnten. Da hab ich jetzt für gesorgt. Items, Potion 99, Antidot 99, Aether 99. Warum denn so schwer machen, wenn's so einfach geht? Ich hab auch ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt auf Level 31, einen Krieger. Ich glaub im letzten Part waren wir auf Level 24, 25, 26, ich weiß es nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Eins von den dreien oder vier. Und ich hab ordentlich Kohle abgestaubt. Ich hab nämlich diese Hell Gigas, die ihr vielleicht noch kennt, besiegt. Die haben ordentlich Kohle eingebracht. Und dass ich auch ein paar neue Zauber ergabelt hab. Das werdet ihr im Kampf sehen. So. Ich hab extra ein bisschen gelevelt. Weil ich der Meinung bin, dass der Riese, der den Weg versperrt, böse ist. Und deswegen machen wir uns auf den Weg zu ihm und zeigen ihm mal, wie er so bieten hat. Ich hab jetzt mal hier, seht ihr mal hier. Transpa, damit können wir ausweichen. Äh, Robbobbobbobb. Ex-Eis, Halbbit-Eisschäde, wird vielleicht auch mal nötig sein. Lärt alle Gegner das fürchten, Angst. Engel, können wir Kampfmöglichkeit aufheben. Dadia ist der größte Moment verfügbarer Angriff gegen Untote. Und Vigra. Sagt mir irgendwas. Äh, ist halt eine starke Heile-Attacke. Aber ihr seht, es fehlen noch ein paar Zauber. Von daher. Machen wir mal Dialogs gegen die Reichtas. Und auch der Schwarze Magie hat ein paar. Mum hat er bekommen. Steigend angefangen ist Gefährten. Gemacht. Denkt Angriff an zu aller Gegner. Heißt also, sie können nicht so oft angreifen. Äh, Wessel ist unnötig. Hast, das werde ich noch irgendwann sehen. Das ist heftig, die Attacke. Foul. Ja, da habe ich eigentlich, glaube ich, einen Fekop gemacht mit. Ja. Ja, das war eigentlich schon. Machen wir nochmal Angriff. Ihr langweiligt, deswegen spiel ich hier mal. So, die ja war zu unnötig. So. Wo war das denn? Da ist er. Da war die Hülle. Ihr hättet mich auch nicht auf. Ja, damit der kann nichts machen. Und dann machen wir nochmal. Ne, machen wir aber nochmal an. Das sind keine Gegner, also der Krieger ist so richtig stark geworden, also Jack. Äh, die sind keine Gegner, es heißt eigentlich. Bämst. Das reicht sogar schon. Ja, ich habe dem, äh, Weißmagier den Hammer gegeben, weil er soll stärker sein. Naja. So der Riese, ich bin mal gespannt, der Gegner ist. Ist das etwa ein Sternrubin? Hm. Wollt ihr mir den geben? Dann macht ihr euch den Weg frei. Jetzt hätte ich einen Arsch bezahlt. Lecker. Ein sehr guter Jahrgang. Es geht nicht so bei einem echten Sternrubin. Ich hatte schon einen anderen Weg. Yes, ja, und weg ist er. Gegner, hier drin. Okay. Ja, die machen wir uns nochmal ganz schnell weg. Stört nur. So. Ist hier unten was? Da unten war eine Treppe. Ah, die... Ja, ist es jetzt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. So, weg damit. Das sind keine Gegner, das ist von daher... Ach, yes. Die Dinge entzieher. Die Gemächer. Eines Ogres. Eines Trolls. Entschuldigung. Machen wir mal Feuer, das reicht. Das sind keine Gegner, deswegen muss ich speeden, Leute. Sorry. Wow. Streitachs gefunden. Das ist jetzt auch so ein Stil sind einfach. Ach. Mithrilhelm. Cool. Coole Sachen. Mithrilhelm gegen Kübelhelm. Super. Da war aber noch irgendwas mit... Sagt mir jetzt bitte nicht, dass nur der Krieger das jetzt tragen kann. Bitte gib... Shitte. Kannst du wegen... Ach, Mann, Alter. Der Novize kann nichts tragen. Ah, das ist ärgerlich. Warte mal, der Novize war doch so, dass er... Der Meister eben... Kampf ohne Waffen war, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr. Sollen wir mal ausprobieren? Ich will jetzt aber den Stab weg haben. Wie kriegst du den denn jetzt weg? So. So, gucken wir mal. Am Gegner. So. Gucken wir mal, was es bringt. Der wird so oder so nicht sterben. OOLTER! Leck mich am Arsch. Was hab ich die ganze Zeit die... die Zeit verschwendet? Der ist so viel stärker. Leck mich am Arsch. Ja, der wird jetzt sterben. Alter! Alter! Oh Gott. Aber wir sind auf der anderen Seite. Schön. So. Es hieß, wir müssen einen Propheten finden. Der, was gegen diese Verwesung weiß. Da ist er vielleicht schon drin. Der, was gegen diese Verwesung weiß. Doch. Ha. So. Wo ist er denn, der alte Knacker? Da ist er. Es ist also, euch zu verdanken, dass der Vampir nicht mehr ist. Doch offenbar war auch nur das Fakt... Was? Das Faktor tut mir nur noch viel größeren Effizienz. Tief unten erstickt das Chaos. Die Erde, den senkenden Schein des Kristalls. Wie bitte? Oh, meine Fresse. Nein, oder? Wie ich es vermutet habe, müssen wir da nochmal hin? Oh. Ja. Terra-Stapel halten. Shit. Ich bin nicht mehrmals, kann man den vielleicht benutzen, irgendwie? Kann man nicht, hä? Oh, Mann, Leute. Wir müssen nochmal runter in diese eine Höhle. Das ist jetzt nämlich nicht so das Riesenproblem. Ich glaube, beim ersten Mal waren wir einfach... Entschuldigung. Heftigst unterlevelt. Jetzt ist es natürlich anders. Und der Novice ist dann jetzt nochmal noch stärker, ja? Ehrlich, ey. Der ist ja mal übertrieben krass ohne Waffe. Ich hab's nicht gedacht. Das kann echt krass helfen. Weg. Bäm. Alter, gegen Oger. Leck mich am Arsch. Ey, das ist jetzt aber scheiße, dass ich nochmal da runter muss. Das war voller langer Weg. Na ja, was sollen wir machen, ne? Ja, Dialogs. Wie stark genug? Na ja, gut. Der Riese ist weg. Weg ist frei. Ja. Na, nochmal auf in die Höhle, würde ich sagen. So. Das bilde ich jetzt mal. Vielleicht krieg ich's mal hin, dass ich jetzt hier... Ähm... Magieangst... Ich mach jetzt selber, wenn ich ausruhe, ob's klappt. Wo ist das denn jetzt gewesen? Hä? Ja, was tut das? Ah, du hast Angst. Na gut. Gucken wir mal. Angst. Äh. Scream. Ja, vielleicht, weil die Gegner einfach böse sind. Oder also... Das war einfach das Spiegelbild von denen. Weiß ich nicht. Ich hab deswegen funktioniert. Schauen wir mal. So. Das... Aber gegen die wirkt das Hundertbruch. So. Angst. Angst, Potter. Träum. Weiter. Muhahaha. Jetzt komm. Ja. Alter, so ein Wolf ungeboxt. Ich kenne den Weg nicht mehr. Scheiße. Scheiße. Ich kenne den Weg nicht mehr. Verdammt. Das ist jetzt echt scheiße. Da kam ich hier unten, oder? Ja, hier unten war was. Hier unten war definitiv was. Anaconda. Anaconda. Bäm, Alter. So eine Schlange weggefegt, ey. Die müssen sofort, als würde die Novizen eine Schlange unboxen. Hä? Scheiße, da war es in einem anderen Raum. Verdammt nochmal, das ist scheiße. Ich weiß gar nichts mehr über diese Höhle. Terra-Höhle. Oh Gott, oh Gott. Nee, danke. So, vielleicht hier unten. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht zeige ich euch mal. Nee, nee, nee. Ich lese seit immer Viagra. Junge, Junge. Vitra, wen können wir heilen? Viel ist ja noch nicht passiert, wir machen mal Feuer auf euch. Zack. So, ich... Oh, Mann, Alter, komm, jetzt lass das gut sein. Jawohl. Ich erde hatte hier, wer der Vampir. Ich dachte, wir müssen hier... Oh, kurzer Leck. Alter, übertreibt's doch nicht mit euren ganzen Gegnern hier. Gehenblitzrad. Ich fäh... Ich mach jetzt einfach mal die Gegner durch, weil ich will jetzt einfach da zu dem Vampir. Zum eilen Fatzke da. Vielleicht muss ich mich nochmal besiegen, den Typen. hier unten vor Ort auf damit bitte die zu viele Gegner schade da bin ich mir zu schade für Bruder Sommer vergiftet nach der nächste Jahr 99 Antidot war durch mich jetzt hier wirklich ich mann der ist er wieder vergiftet leckten die Eier hier Gott jetzt nix Romano wäre er wäre aber leider sind sie ja auch jetzt facken mich diese Tarantel ab aber sowas von könnte keine fünf Schritte gehen dass der Kieler passiert Ich hab nix zu verschenken hier. Nur ein Traf Prügel. Dann sind wir wieder hier. Ganz toll. Oh, da kommen sie wieder. Lass mich hier endlich raus. Das war jetzt scheiße von mir, dass ich die anderen durchgeboxt hab. Na, so, jetzt sagt. Was müssen wir in Frieden? Hier ist kein Platz, ey, leck mir. Sorry, Leute, aber das ist mir echt zu schade, gegen die jetzt zu kämpfen, ganz ehrlich. Weil, die kriegen ja auch kaum Schaden durch die. So schwach sind die. So, upfuck. So, upfuck ist das hier. So, das ist der. Geh mir nicht auf den Piss. Aber natürlich reizt für den einen mal wieder nicht, ne? Das ist kein falscher Weg, hier, ne? Da weiter. Nein. Ein anderes Vorteil, schön für dich. Pack dir nice drauf. Bitte hier unten eine Treppe sein. Boxen neben Wolfo. Ja, hier geht's weiter. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yes. Und da haben wir es auch fast schon geschafft. Der Pisco-Dämon will mal wieder irgendwas von uns. Aber der ist weggefegt, ganz ehrlich. Der hat keine Chance. Oh ne, das sind mir wieder zu viele. Das sind mir wieder zu viele. Vielleicht kann man ja nochmal... Waren jetzt hier wieder Gigas drin, oder waren hier Mumien drin? Oh Gott, nein, 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 nein. Den Raum meide ich jetzt mal ganz, ganz. Oh, scheiße. Erd-Elementer, das war da irgendwas. Weiß jetzt nicht mehr. Gegen was war der nochmal allergisch? War das Blitz? Oder einfach nur Schläge? Ah, Geld, Geld. Immer nur Geld. Du geil, geile Partnersau. Ich bin ja kein Partner, Leute. Von der Tube. Ich hab's nicht so gut. Bin ja noch nicht so der bekannte Let's Player. Unter vielen. Aber, hauptsache, ihr guckt mich, ne? Das zählt. Ne? Yes, zwei neue Level. Jetzt sind wir alle wieder gelähmt, ne? Ja, der ist gelähmt. So, dann machen wir mal direkt... Zeig ich euch mal Dadier. Das war schon stärkere Gegner. BAMS! Ja, das wird rein. So, Bruder, sind auch da. Der Mann, die ist weg. Und neue Gegner sind da. Super. Man war Adia, das reicht. Adia Classic! Spiel mir mal. So, zack, seid ihr weg. Denn ihr kommt nichts. Nichts, nichts, nichts. So. Der Cockatrice. Die Cockatrices. Die waren böse. Blitzwaffung. Keine Gegner. Impa ist auch jetzt mit dabei. Und wir sind da, Leute. Die böse Steintafel. Und dann beende ich in diesem Part hier an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Also dann. Bis dann. Und ciao.